In der Serie, gute Zeiten, schlechte Zeiten, träumt Jessica von Philipp. Philipp, Jörn Schlöhn-Vogt, und Jessica, Nina Enzmann, hatten in der Serie, gute Zeiten, schlechte Zeiten, von Anfang an einen guten Draht zueinander, obwohl der Chefarzt seit Jahren mit Juna, Thomas Drechsel, befreundet ist. So war eine der ersten Krankenhausregeln, die Jessica im Jeremias lernte, folgende, unser Privatleben zählt hier nicht. Wenn es mal ruppig zugeht, dann liegt das am Stress. GZSZ Jessica hat Angst vor Reaktionen. Ja, Philipp und Jessica verstanden sich gut, zu gut für einige der anderen Pflegeschüler. Denn als er ihr auch noch bei den Prüfungsvorbereitungen half, haftete ihr schnell der Ruf an, sich unbedingt einen Arzt angeln zu wollen. Und Jessica hatte sogar Verständnis für die Vorurteile. Umso mehr kämpft sie seither privat und auch im Dienst darum, allen zu zeigen, dass sie nicht mehr die alte, die berechnende Jessica ist. Achtung! Spoiler! Dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am Dienstag, 5. Dezember um 19.40 Uhr im Free-TV zeigt. Beim Streaming-Dienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Sternchen-GZSZ Jessica kämpft gegen ihre Gefühle für Philipp verständlich, dass sie sich aktuell vehement gegen ihre Gefühle für Philipp wehrt. Geht gar nicht, stellte sie kürzlich vor Louise, Marc Weinmann, klar. Sie habe nicht so hart an ihrem Image gearbeitet. Um die Vorurteile der anderen zu bestätigen. Leider bekommt sie Philipp weder aus ihrem Kopf, noch aus ihren Tagträumen. Außerdem arbeiten die beiden aktuell gemeinsam daran, die Arbeitsbedingungen im Jeremias UI verbessern. So kann sie sich der Situation nicht entziehen. Wie wir aus den aktuellen GZSZ-Vorschauen erfahren, finden sich die beiden kurz vor Weihnachten in einer romantischen Situation wieder. Ob sie ihre Gefühle unter Kontrolle bekommen?